Ja, Mädel, ach Gott, ach Görtchen, Mädel, mach doch mal ein bisschen. Willkommen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Klamotten-Simulator, also Klamotten, ne, Store-Simulator, ne. Klötting-Simulator, so. Ähm, ein sehr schönes Spiel, ich hab, wir haben ja die, ich glaub, wir haben die Demo gespielt, ne. Spielladen, ich hab's immer zweimal gespeichert, man weiß es ja nicht, ne. Bei solchen Spielen kann's ja mal abkacken. Also, einfach mal zweimal gespeichert, geht schon. So. Und wie lange es dauert, wissen wir nicht. Ah, nicht so lange. So. Also, wir sind hier im Lager. Ich hab ja schon, ich hab ja gesagt, ich hab ja schon ein bisschen gespielt, ich bin in Stufe Level 23, ne. Ich wollt unbedingt gucken, wirst du, wirst du. Weil ich will dann, äh, irgendwann anfangen. So, hier unser Laden, wir kommen hier so rein, ne. So, das Laufen ist extrem krass. Also, man kommt hier so rein, ne. Hier, hi Schwester. Na. So, das sind hier meine, ähm, selbst kreierten, ähm, stylischen, äh, T-Shirts. Ich hab erst zwei, ne. So, hier ein paar, na, ist immer gut, wenn man hier diese Puppen aufstellt. Und draußen sieht das so aus, ne. Kann man mal drauf gehen. So. Also, hier alles aufgefüllt. Ich hab ja auch noch einen, einen Typen hier, ne. So ein, na, wie sagt man den eigentlich hier, so ein, ein Arbeitstypen hier. Warte mal, hier geht aber die Musik, oder? Hallo. Oh, du siehst aber böse aus. Und wie, wie, wie viel Kraft der hat, ne. Wo kann ich jetzt sneaken? Ah, hier. Oh. Die Arme sehen aus wie ein bisschen hier, ähm, geklont oder so, ne. Er guckt ein bisschen böse, ja, er ist nicht so. Komm. Musik geht. Ich hoffe, die sind nicht GEMA geschützt. Sonst haben wir da ein Problem. So. Also, wir haben alles aufgefüllt, ne. Wir haben, Schuhe haben wir auch ein paar, ne. Ich hab schon die größeren, äh, Lager. Die sind eigentlich ganz gut hier, ne. Aber mehr Schuhe brauchen wir nicht. Ich mag Schuhe hier sowieso nicht, ne. Das ist, der rennt nur zu den Schuhen hin. So, wir können die Bude starten, glaub ich, ne. Ha, hier. Na, Mrs. Ich meine, du wolltest sagen, hi. Weißt du, das ist so, ne. Das ist einfach hier so. Wir können auch Werbung machen. So, hier. Wenn man hier hinsteht und einfach mal Kaling macht. Und dann haben wir hier schon mal ein, eine Werbung, gah. Können wir dann hier auch noch irgendwo machen? Hier vielleicht auf der anderen Seite? Ja, hier steht's ja auch hier. Das sieht schon geil aus, der Laden hier, ne. Irgendwann kommen wir vielleicht hier hin, ne. Ich glaube, die ganze Bude können wir dann kaufen. Dahin will ich aber gehen, ne. Aber hier ist gar nichts, ne. Es ist ein bisschen schade, dass bei uns... Was ist das hier? Das sieht ein bisschen komisch aus hier, ne. So, das Laufen ist echt... Und hier, das sieht einfach nur so, ne. Einfach mal eine Box gemacht. Aber, ja. Müssen wir vielleicht stylen dann noch, ne. Ich weiß noch nicht, wie ich vielleicht... Warte mal. Es gibt doch hier den blöden Pinsel hier. Warte mal. Äh, hier so drücken. Können wir... Wir können sogar. Oh, geil. Äh, Wandgestaltung. Da müssen wir schon... Blau ist nicht so gut, ne. Vielleicht hier so ein Backstein. Backstein, Backstein. Das geht nicht. Kack die Wand an. Äh. Das ist ja blöd. Also, das geht nicht, ne. Das ist aber... Das ist nicht nett. Ne. Das ist nicht nett. Da kommen ganz viele hier. Jesus ist auch gerade vorbeigelaufen. Mal gucken. Au. Mal gucken. Hier kommt Jesus, ne. Jesus. Oh. Die Tunnelprodukte sind verfüg... Was? Wa... Oh. Verwammt. Hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Scheißdreck. Ich komm hier. Warte. 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 Äh. Mobile. 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 Ah. Sitz. Dings, ne. Hier. Das ist der Kleine. Ich will aber den Großen haben, ja. Einer von denen. Den küfen wir jetzt. Oh. Jetzt hab ich vergessen. Ah, ne. Er hält hier. Der ist gut. Man kann die Position... P-p-p-p-p-p-p-saison. Die Position sagen, wo er halten soll. Also, die Frauen brauchen Turnschuhe, ne. Den machen wir hier schön nebeneinander. Frauen Turnschuhe. Gehen wir holen. Die hab ich hier hinten. Na, ist natürlich klar, ne. Rechts die Frauen hier. Und links sind die Männer. Die brauchen nicht so viele Kleider, ne. Naja, die brauchen nicht. So. Gehen wir hier rausnehmen. Sigi. Ich fühl mal hier, ne. Du kannst dann nachher ja hier, ne. So. Musik haben wir hier richtig schön überall. Schön wäre nochmal die Decke irgendwie, weißt du. Ah, da haben wir... Jetzt brauchen wir aber hier eine neue Kasse hier, ne. Die ist ein bisschen langsam, die Dame. Die ist da schon ein bisschen langsam. Vielleicht noch eine Kasse. Wir gehen mal gucken. Vielleicht sind wir da so stylische Kasse, ne. Natürlich. Wir haben ja genug Geld, ne. Die Kohle rasselt nur noch so rein hier. Aua. So. Wo stellen wir dich hin? Ja, Chefposten hier, ne. So. Oh nein. Ein bisschen näher. So. Kommen Sie hier. Kommen Sie hier. Ich hab offen. Hier ist, ähm, die Kasse geöffnet. Kling, kling, klingeling, kling. Nicht. Kommst du hoch. So. Und tschüss. Hier. Mädel. Ach Gott. Ach, Göttchen. Mädel, mach doch mal ein bisschen. Mach doch mal ein bisschen schneller hier. Komm mal, Mädel. Komm, gib Gas hier. Hallo. Ach, das passt ja zu dir, eh. Ist ja noch ein ganz normaler Laden, ne. Wenn ein Mann da arbeitet. Ach, Göttchen. Ach, du siehst ja wieder gut aus. Schwester. Oh. Göttchen. Ja, der soll aber ein bisschen auffüllen hier. Ich hab. Äh. Oh. Wir brauchen hier diese Leggings da, ne. Ja, brauchen wir noch ein paar von denen hier. Wenn die leer sind, ne. Dann aber. Dann ist die Hölle los. Dann kommen die Leute und dann jammern die nur rum hier, ne. Oh, hier. Diese komischen Blüten, ähm. Scheiße, ne. Ah. Ja, ich weiß. Ich weiß. Was ist denn hier nicht mehr da? Was soll denn nicht mehr da sein hier? Da ist ja alles da. Was hab ich gesagt? Die Blüten. Blüten, ähm. Blümchen. Nicht Blüten. Blümchen. Dinger hier. So. Bist du fertig, Schwester? Oh, scheiße. Ja, ich bin da. Ich bin, ich bin da. Ich bin da. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Nein, kein. T-Shirt ist zu teuer. Bist du betrunken oder was? Ja, das verstehe ich nicht. Ich verstehe den Anzug nicht hier, ne. Das ist ja so ein Sweatsuit oder sowas, ne. Zum Schwimmen oder so. Irgendwie, weiß ich nicht. So ein Superheldenkostüm hier, ne. Für Frauen auch hier. So, hier ist keiner mehr. So, die Dame. Machen sie mal fertig. Wir wollen eine Schuhe. Schuhe, äh, kommt schon. Okay, dann haben wir hier noch ein bisschen zum Auffüllen. Ah, wir müssen wieder bestellen. Wir müssen echt wieder hier bestellen. Oha. Oh. So. Das muss hier wieder ins Lager. Nein, ins Lager auch zurück, ne. Nehmen wir ein paar Jacken mit. Jacken. Jacks. Hier. Schon voll und jetzt brauchen wir die, die. Heiliges. Äh, wir brauchen. Nein. Was willst du jetzt holen? Wieso füllst du jetzt eins auf? Bist du depert oder was? Du musst doch die anderen Sachen auffüllen, die fast leer sind. Das ist doch bescheuert. Digga. Hier ist auch nur einer. So, ich muss mal die Hosen. Also, ich hab das so aufgeteilt. Hier Oberteile und hier Unterteile. Achso, jetzt. Ne? Ne? Na, Hosen. Hier drüben. Ich weiß nicht, was der macht hier. Ich muss alle alleine machen, ja. So, Schwester, bist du bereit? Bist du bereit? Hier könnte man noch. Wir müssen sowieso noch ein bisschen, ne. Ist er noch hell? Ah, wir müssen nachher bestellen, ja, ne. Ich meine, ich bin ja noch nicht Level, was muss man sein? 25, glaube ich. Dass man hier einen, ähm, Lagertypen holen kann. Was wollte ich jetzt holen? Scheißentrick. Was? Also, die Weißen kann man noch mitnehmen hier, ne. Aber auch nicht mehr viel. Ah, schön mit Klamydien. Ich hab doch vorher noch mal was gehabt hier, ne. Achso, die schwarzen Jacken hier. Ja, sicher, Dad. Na, sicher, Dad. Komm mal hier. Ja, Kükemol. Ist, ist full, ne. So, nachher machen wir eine große Bestellung. Scheißentrick, haben wir schon. Ich bin einfach nicht bei der Sache, ja. Ich bin einfach nicht bei der Sache, ja. Ach, schon wieder so eins, ja. Äh, haben wir keinen Platz. Scheiße. Machen wir jetzt... Nein, 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 schon zurück, schon zurück, ne. Ist schon, ist schon gut, ja. So, hier mal gucken. Hier ist wieder was rumliegen lassen, ja. Na, komm. So, leider müssen wir eben das alleine reinräumen. Also jetzt von der Straße, ne. So, hier haben wir die blauen Jacken. Ich hoffe, der hat das nicht geholt hier, ne. So, die blauen Jacken noch schnell. Dann können wir nachher öffnen. Was haben wir denn hier? Au, ja, stimmt ja, die... Au. So, von denen brauchen wir noch viel hier, ne. So, dat is jut. Dat is, das sieht gut aus, ne. Die Hundehosen gehen noch, ne. Die Schuhe, stimmt. Schabimmt. Wann läuft denn der jetzt schon wieder rum? Schuhe. Frauenschuhe, ne. Von denen haben wir jetzt genug. Hoffe ich mal. So. Ja, dat, dat... Die zählt reiche, ja. So, da machen wir den Tag vorbei, ne. Ähm. Das sieht so einigermaßen hier, ne. Das ist schon, das wird schon... Wir haben ja wenigstens Plus gemacht, ne. Ja, das ist jut. So. Also. Ist denn der noch am Räumen hier? Schwester, hast du denn unseren Typ gesehen, ne? Muss ich hier vielleicht... Ah, da hinten sind ja die Suits, ne. Die, die... Oh Gott. Macht der denn? Äh, diese hier, ne. Männer. War das Männer oder Frauen? So. Gut. Also, das ist gut. Das ist hier auch gut. Joa. Wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir den Laden noch ein bisschen aufwerten. Ach du, reile. Schon wieder bezahlen. Äh. Filialleiter, ne. Wir können das erst Stufe 24... Das dauert noch ein bisschen, ne. Das Lager könnten wir... Machen wir. Schild. Ne, man kann ja das Schild auch hier bearbeiten. Dann haben wir hier die Taschen. Du kannst ja Taschen machen. Wir könnten ja zum Beispiel hier ein bisschen so... So machen. Und... Oh, das sieht aber... Das ist aber hier... Gut, das ist Kunst, ne. Du musst einfach denken, das ist Kunst. Ne. Das ist einfach so Kunst. Das ist schwierig. Ja. Joa. So. Das sieht doch... Ich find doch stylisch, ne. Wird gekauft. 500. Ach du, heilige. Ausblenden. Ne, das machen wir nicht, ne. Okay. Das ist gut. Wir könnten noch hier eigene Bilder reinnehmen und alles. Also, das ist richtig cool. So. Dann... Den Lagerbereich gegrößert. Ja, gut. Man kann es ja auf beiden Seiten, ne. Also, das sind hier auch wieder Frauen. Oh, ich weiß jetzt nicht. Immer hier diese Seite dann. Oder wir... Ähm... Rücken das Ganze weg. Ich glaub, da bleibt alles drin. Was machst du denn da? Da ist doch gar... Achso, der räumt das von da auf. Okay. Also, der Lager ist schon mal hier größer geworden. Äh... Ich wollt ja mal kicken. Zahlungen, Vorrat. Nein. Das ist nicht hier gewesen. Okay. Dann gehen wir einfach mal Produkte kaufen. Das Coole daran ist... Im Geschäft sind 10. Im Lager 29, ne. Ich geb mal, wenn's unter 20 ist. Oder ja, ungefähr, ne. Dann holen wir doch ein bisschen. 22, 17. Ja, 2. 2. Äh... 26, ja, wird noch reichen. Von diesen blöden Dingern hier auch noch ein bisschen, hier, ne. Schuhe brauchen wir noch. Hier diese Schuhe auch. Scheiße, das war zu viel. 13, 21, 15, 17. Ja, das wird... Das ist auch gut hier. 24 geht noch. Ah, von denen. So, 16 kaufen. Hier unten kann man ächseln. Wohin er fahren soll. Das ist nämlich super. Direkt vor der... Vom Lager. Das ist sehr geil. Ich find's einfach überdacht, das Spiel, ne. Ist richtig Mühe gegeben. Dass man gut arbeiten kann. Find ich ziemlich cool. So, jetzt haben wir doch hier... Genau, das müssen wir da rein. Aber jetzt fällt der um. Das ist, äh... Frau... Das ist immer praktisch, wenn du Frau und Mann getrennt hast. Weil die sehen manchmal fast gleich aus, ne. Na. So, hier. Alle, Dude. So. Ja, geh doch mal weg hier. Geh doch mal weg hier. So, die Hosen haben wir hier auch. Schuhe. Ja, die sind immer blöd, ne. Da kannst du ja nicht viel tragen. Äh, hier diese. Diese. Oder diese. Nein, ist schon diese Schuhe. Diese, diese. Diese ist gut. So, Schuhe brauchen wir viel irgendwie, ne. Im Prinzip kann man ja... Ähm, oh. Balsche Seite. Kann man ja eigentlich auch nur Schuhe verkaufen. Oder mehr Schuhe. Und ein paar Kleider. Theoretisch. Aber du hast es am Anfang ja nicht, also. Aber man kann es dann, äh, aus dem Sortiment nehmen, ne. Das geht ja. Wenn das, äh, weil kein Zettel im La... Äh, im... Ja, im Laden ist. Dann, ne. Ist ja logisch. Dann sehen sie es nicht. Und dann hast du es aber auch nicht. Scheißentrick. So. Also. So, hier diese Schuhe. Das ist halt schon... Wäre schon cool, wenn man jetzt noch ein bisschen, äh, Dinge hätten. Oh, je. Naja, noch... Ich arbeite noch ein bisschen daran, dass wir, ähm, Stufe 25 erreichen. Dass wir dann halt eben einen Typen haben, der das hier einlade, ne. Kann ich nur bestellen und dann... Ach, nee. Der Herr sitzt rum hier. Ach, nee. So ist das, ne. Lass mal den Alten arbeiten, ja. Wer bezahlt dich denn hier? Ja. Wer bezahlt dich denn? Hm? Mord? Ja. Mord bezahlt dich, ja. Nicht jemand anders, sondern ich bezahl dich. So. Äh. So. Das ist gut. Wir müssen nachher noch die stylischen, äh, Kleidung. Ne. Wo? Was? Hier. Äh. Ach, Göttchen. Alles muss man alleine machen. Äh, ja. Und diese, ne. Diese, äh, diese. Noch mehr von diese haben wir. Wir müssen nachher diese kaufen, ne. Ah, die haben wir von denen eigentlich genug, ne. Aber wir haben aber gar keine T-Shirts abgezogen von denen, ne. Ah, das ist jetzt aber blöd. Ja, das ist jetzt aber dumm hier, ne. Müssen wir das hier... Kannst du nicht mehr, oder kannst du, oder willst du nicht, ja. Hier machen wir so. Da haben wir ein Kabel im Weg hier, ne. Nein, mach's wieder dran. So. Vielleicht hier hinten. Warte mal. Wir brauchen noch schnell... Äh, ja. Musst dich nicht bewegen. Ich mach das schon. Äh. Wir brauchen hier sowas so drauf. Den Kleinen. Nicht gross. Kleinen. Hier. Das war gut. Dann brauchen wir zwei Typen. Ja. Oh. Ich will ja nicht überfahren werden hier. Erstmal brauche ich das hier. Dann ste... Au. Dann stellen wir das... Wie stellen wir das hin? Wie stellen wir das hin? Das ist... Hier ist blöd, ne. Da können sie nicht gut durchlaufen. Aber wenn wir das hier so machen... Oder hier hinten vielleicht, ne. Das hier könnte möglich sein, dass das hier so funktioniert. Nimm das jetzt mal hier. So, jetzt. So, hier. So. Ah, hier müssen wir aufpassen. Oh, scheiße. Dann können die Leute nicht mehr hier rein, ne. Hier ist leer. Das ist gut. So. Ne. Hier vorne war das. Ne. Hier hinten war es. Es war doch da. So. Mit F auspacken. Und dann stellen wir hier diesen Typen hier hin. Ja. Mehr oder weniger, ne. Mehr oder weniger. So. Dann. Stellen wir den hier so hin, ne. So. Das heisst. Du kriegst ein T-Shirt. Und du kriegst auch ein T-Shirt, ne. Ein Höschen brauchst du noch, Junge. Junge, 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 Junge. Ihr braucht doch noch Hosen. Hier kannst du Hosen anziehen. Schuhe könnte man theoretisch auch noch. Aber brauchen wir jetzt nicht, ne. Ah. Das haben wir jetzt erledigt. Das brauchen wir noch. Dann haben wir alles drin, oder? Fast alles. Ja. Jetzt wissen wir noch. Nur noch. Nur noch die anderen Designer. Ich glaube, das war das hier. In den Warenkorb. Drei. Drei und eins. So. Es sind ja diese Boxen hier. Die haben verschiedenen Platz. Ich habe jetzt die 60er. Es gibt, äh, was gibt es jetzt? Zehner oder sowas? Na, ganz kleine. Und dann wird's, kann man immer mehr reinladen, ne. Muss man halt immer verkaufen, aber das geht eigentlich ganz gut. Es ist eigentlich sehr vom, vom Spielen her macht's Spaß. Ist schon, ist nicht so wie das kostenlose, äh, Supermarket Together, äh, was ziemlich bescheuert ist. Aber das hier ist richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Kostet auch nicht viel, ne. Ich habe jetzt 14 bezahlt. Und, ähm, ich kann's echt empfehlen. Also, wenn man sowas mag, ne. So Spiele. Und ich mach sowas, ne. So aufbauen. Ohne irgendwie Stress, ohne irgendwie ein Endboss oder sonst was. Äh, ist das eine schöne Abwechslung. Man kann nebenbei noch ein bisschen lurchen, ne. Auf dem, äh, zum Beispiel Stream gucken eben, meine ich, ne. Äh, dann ist das alles gut. Wir haben Hosen, haben wir noch, ne. Ein Höhchen haben wir noch. Ja, aber einen Tag werden wir noch durchhalten jetzt so, ne. Der 30er, ja, ist alles gut, ne. So. Oh, Schwester, wir machen auf. Kommt schon, ist offen. Oh, da kommt ja schon eine. Da kommt die Schwester. Ey, wir haben keine Musik. Wieso haben wir jetzt heute keine Musik? Die Musik ist aber leise, ne. Überhaupt ist die Musik nicht da. Jetzt kommt die Musik. Das ist doch bescheuert. So. Hallo? Wollen Sie einkaufen? Jo, wollen Sie, ne. So. Mein Tresen ist irgendwie schöner. Ich glaube, wir müssen den anderen auch was wechseln, ne. Ich denke, die Dame könnte auch einen neuen gebrauchen, ne. Der ist ein bisschen tiefer. Was kaufen denn die Leute da für ein Quatsch hier? Das muss man nicht tragen. Wer trägt denn sowas? Hallo? Katschin? Okay, aber die Kasse kann man nicht zumachen, oder? Das steht nix. Nur tragen und verwenden. Okay. Die muss man abbauen halt einfach, ne. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, ob ich die neuen Kleider angepasst habe. Gehen wir mal schnell gucken. Es läuft ja jetzt gerade. Mach mal zu hier. Äh, Filiale. Ne, das war nicht Filiale. Wo war denn das? Vorrat? Ähm, hier diese. 70, 50 habe ich nicht angepasst. Ja, die müssen natürlich noch ein bisschen höher, ne. Ich habe natürlich die vergessen. 58, machen wir 60, ne. Die haben wir schon. 75. Die haben wir nicht. Die machen wir 40, ne. Sollen ja nicht immer zu viel kaufen mit dem Schrott. Schuhe haben wir schon. Dann haben wir diese T-Shirts. Die haben wir auch nicht. Die kosten 60 bei mir. Das haben wir angepasst. Achtung für. Oh, das geht schon. Schuhe, das haben wir. 53, ja. Weil wir wollen ja Geld verdienen hier, ne. 70, 75. 75, genau. Wo ist denn der, ähm, Hackbalken hier? Ach so, geht auch. Oh, nice. Äh, Schuhe haben wir auch. 71, 75. Ja, das ist richtig. Dann haben wir das hier. 50. Haben wir eigentlich jetzt alles, oder? Das war noch neu. 62. Ja, okay. Jetzt stimmt's. Bin schon da. Alles gut. Alles weg. Alles schnell. Zack, zack. Hier, alles weg. Das sieht aus wie ein Frosch unserer Tasche, ne. Äh, ich bin frei. Äh, hallo. Ähm. Ich bin ja jetzt da. Mal, hallo. Okay, vielleicht falsche Aussprache. Hi. Ich bin an der Kasse. Oh, oh. Wir müssen Höschen holen. Warte. Warte. Oh, schie. Wo ist denn jetzt das gewesen hier? So. Ich komme schon. Hi. Tschüss, Jesus. So. Ähm. Äh, ja. Ja, hier diese komischen, äh, Kleider. Müssen wir auch noch. Die Frauen kamen wir kaufen die ganze Zeit, ne. Die sind immer nur am Kleider kaufen, ne. Jeden Tag. Immer von Tag ein. Tag aus. Immer diese Kauferei. Mach mal hin hier. Ja, kannst du gleich wieder gehen, Schwester. So, wir gehen. Abladen. Ne. Äh, was war denn noch? Hier, diese, diese war, ne. Diese muss nur ein paar Scheißen drin. Äh, war zu viel, ne. Äh, ich glaube diese. Oh, Scheißen drin. Ich komme schon. Und tschüss. Aber wo ist es denn? Hier. Geh mal weg da. So, ich glaube diese. Oh, schon wieder zu viel. Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, was wir brauchen hier, ne. Alter Schwester. So, es ist dieser, dieser andere ist, ne. Ich nehme immer zu viel mit gerade. Da hinten ist keiner. Ist gut. Äh, hier diese. Diese brauchen. Brauchen diese. Und diese machen hier hin. Machen so. Oh, ich scheiße. Dreck. Was brauchen? Ah ja. Bunt, buntes, äh, Kleiders. Ganz hinten. Machen wir. Ein Problem. So. So. Alles gut. Alles. Die Musik ist schon wieder. Mit der Musik. Ich weiß, wo ist mit der Musik? Keine Musik. Das große Auge. Ähm. Ja, wie ist es denn da jetzt hier? Hier ist ja auch eine Kasse, ja. Hi. Hi. Batsching. So. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich mache noch mal ein bisschen, ne. Und dann schauen wir dann wieder mal rein hier. Wenn wir Stufe 25 erreicht haben. Also. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye.